Hey Leute, mein Name ist Sebastian Güttel vom Autohaus Burmeister im Parchim und ich präsentiere euch heute unseren neuen Seat Arona in der Style Beats Ausstattung. Eine Sonderedition, was es genau beinhaltet, erkläre ich euch gleich. Was ist das Besondere an diesem Seat Arona? Wir haben jetzt schon die LED-Scheinwerfer mit drin, Nebelscheinwerfer mit bei. Wir haben jetzt natürlich auch schöne 17 Zoll Aluminiumfelgen. Dieses Fahrzeug glänzt in einer wunderschönen Schwarz-Metall-Lackierung. Ja, erste Zulassung ist jetzt von diesem Fahrzeug Mai 2020, hat jetzt mittlerweile knappe 6000 Kilometer Laufleistung und einen 85 kW Motor mit 116 PS mit einem 6-Gang Schaltgetriebe. Ja, wie ihr schon gehört habt, das Auto ist in der Schwarz-Metall-Lackierung. Wir haben natürlich auch die Dachgelenken in Schwarz und die Zielblenden an den Fenstern auch komplett in Schwarz. Also das Auto sieht schön böse aus, muss ich sagen. Ja, ein paar Sensoren vorne und hinten. Wir haben auch das Besondere, dass dieses Fahrzeug eine Rückfahrkamera hat. Wie man auch schön sehen kann, Beats-Audio. Das heißt, Beats, wie ich schon erklärt habe, ist eine Sonder-Edition. Wir haben ein Beats-Audio-System drin, also wer auf Musik steht und auch mal gerne hört, auch laut, ist bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall richtig. Ja, doppelten Ladenboden, wie man sehen kann. Schön eben, ehrlich. Man kann rausheben, ohne sich den Rücken weh zu tun. Und ein Ersatzrad mit drin, weil wir auch in der Radmulde ein Zapfuch herbeihaben. Natürlich können wir auch nochmal die Ablage runter machen, haben ein bisschen mehr Stauraum, um ein bisschen mehr Einkauf für die Oma zum Beispiel auch mit reinzupacken. Ja, machen wir mal wieder schön eben. Kamerraum zu. So, ja, kommt mal mit rum. Die Seite sieht natürlich aus wie die andere Seite. Hat sich natürlich nichts geändert, aber wir schauen mal rein, was uns da erwartet. Kommt mal mit. Herzlich willkommen im Seat Arona Beats. Ich muss mich korrigieren, dieses Fahrzeug ist neu eingetroffen. Ich muss das auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Wenn wir mal von der Mittelkonsole schauen, wir haben kein Schaltgetriebe, sondern ein Automatikgetriebe. Aber tut mir leid, da muss ich mich leider verbessern. Ist natürlich ein Vorteil für den Stadtverkehr oder für lange Reisen ist das Automatikgetriebe natürlich angenehmer zu fahren. Ja, was haben wir noch? Beats Sound System, wie ihr sehen könnt, schön Teilleder mit Alcantara. Wir haben orange Absätze mit drin, so wie beim Lenkrad. Und natürlich auch die Ziernähte beim Schaltknauf, Handbremse und natürlich auch bei den Sitzen. Ja, schönes Leerlandrad. Wir haben großen Monitor mit dabei, mit intrigiertem Navi auch. Wie schon erwähnt, Rückfahrkamera, Klimaautomatik in zwei Zonen, USB-Sitzheizung mit drin, dunklen Dachhimmel, was ich natürlich immer sehr sportlich finde und attraktiv finde. Ja, wie schon erwähnt, seid ihr auf der Suche nach einem Soundmodul, Soundmodell. Seid ihr bei uns richtig, beim Autohaus Bohnmeister im Parchim Westring 1. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns bald.